Bevor wir noch tiefer in die Details eingehen und uns um wirklich Produktseiten, Contentanlage und Optimierungen kümmern, ist es mir ganz wichtig, einmal das Thema Buybox in Zügen kurz zu erklären. Im Video davor haben wir schon ein paar Ansätze gezeigt, wie sich das Thema verhält, insbesondere wenn es um die Themen Amazon, Amazon Warehouses oder die verschiedenen Händler geht. Wir sehen auch hier, je nach Darstellungsform, Versand und Verkäufer wird auch auf den Produktdetailseiten, Mobile wie Desktop direkt angezeigt. Das ist das Thema, um was es geht, Einkaufswagenfeld, Buybox. Dabei gibt es mehrere Darstellungsarten. Wie schon angesprochen, Amazon und Amazon bedeutet nicht, dass Amazon das Produkt eigenständig verkauft, sondern dass auch andere Marken und Hersteller Amazon im B2B beliefern. Und Amazon diese Produkte weiterverkauft. Nicht immer ist Amazon euer Wettbewerber. Benutzt man die logistischen Systeme von Amazon, wird der Versand durch Amazon ausgewiesen und ein bestimmter Verkäufer namentlich genannt. Handelt es sich um Eigenversand, das sehen wir dann im dritten Beispiel, sind Versand und Verkäufer dieselben. Die schlimmste Situation, die passieren kann, ist erhältlich bei diesem Anbieter. Dabei gibt es eine Vielzahl an Gründen und selbst mit FBA oder auch mit Vendoren ist man nicht immer in der Buybox. Das kann an unterschiedlichen Problemen liegen. Selbst mit Prime und einem guten Marktplatzpreis, wenn Amazon externes Price Matching hat, wo noch ein deutlich billigeres Angebot durch euch oder in eurem Shop oder Ähnlichem stattfindet, kann es schlicht sein, dass die Buybox nicht vergeben wird. Die Buybox-Berechtigung also nicht da ist. Des Weiteren muss man beachten, dass Amazon beim externen Price Matching Versandkosten ignoriert. Das hat historische Gründe. Da hat Amazon sehr hart lernen müssen, dass da sehr viel Schabernack getrieben wurde. Ja, lassen wir da aber lieber ein Profi ran. Die Buybox-Kriterien im Überblick von SellerLogic. SellerLogic ist ja ein Repricer und mit Lost & Found einiger der wenigen sehr guten Anbieter, um Fehlvereinnahmungen zurückzubekommen. Aber das zu späteren Themen. Die relevanten Kriterien können sein, Versandmethoden, natürlich Prime, nicht Prime, Small & Light, Prime by Merchant, aber auch die Endpreise, dabei zuzüglich Versandkosten. Ja, die haben da einen sehr hohen Einflussfaktor, aber genauso auch die Versanddauer. Und viele andere Punkte basieren auf unterschiedlichsten Metriken. Bestellmängel, A-Z-Garantieanträge, die Abwicklung der ganzen Themen, die selbst die Kundenkommunikation und die Kundenbewertungen für euch können eine Rolle spielen, wenn ihr in der Händler-Performance schlechte Werte habt. Die Rate gültiger Sendungsverfolgungsnummern, Rechnungszustellungsquote kann möglicherweise in Zukunft noch mit dazukommen. Rate pünktlicher Lieferungen, all diese Themen, Reaktionszeiten, Warenbestand und vieles mehr. Ja, das hat Seller Logic aufbereitet, aber wie ihr in späteren Videos auch merkt, Amazon gibt euch auch all diese Informationen. Ja, man kann im Seller Central direkt finden, was für die Platzierung im Weinkaufswagenfeld notwendig ist, worauf man achten sollte und wie man dann dabei sein kann. Kundenservice, Lagerbestand, Preis, Fulfillmentart, Lieferart, Preis, Entschuldigung, Lieferzeit und ähnliches. Hier kurz vakiert, weitere Informationen, das gibt es dann auch in der Seller University. Das ist von Amazon direkt eine Video- und Learning-Plattform, die richtig gut konzeptioniert ist. Ich möchte euch aber hier nicht Seller Central vorlesen oder Videos dann zeigen von anderen. Hier geht es ja um andere Themen. Im Allgemeinen noch zu erwähnen, ich habe keine Buybox oder komme nicht rein, ist ja ein gängiges Problem. Hier beachtet bitte, bei neu angelegten Accounts gelten 90 Tage Probezeit bei Eigenversand. Bei FBA habt ihr es natürlich sofort. Zudem kann es einen schlichten Entzug der Buybox-Berechtigung geben, aus vielerlei Gründen der Verstöße und ähnlichen. Preisspielereien sind ein sehr großer Grund, ein Hauptgrund, warum die Buybox verloren geht. Dabei geht es um externe Preismatchings, aber auch interne Preisspielereien. Hierbei ist zu beachten, es gibt keine gängige Größe, ob Preissprünge von 10 Cent, 50 Cent oder Euros dazu führen können. Hier ist nur wichtig grundsätzlich zu verstehen, dass im Lebenszyklusmanagement Umpreisungen sehr wohl überlegt sein müssen, weil ihr für einen bestimmten Zeitraum schlimmstenfalls schlicht die Buybox verliert. Zudem sollte man niemals mit einem niedrigen Preis starten und dann den Preis hochziehen. Denn einige Preismatching und Angebotsplattformen extern reagieren nämlich nur dann sehr gut auf eure Produkte, wenn sie mit einem etwas höheren oder dem Standardpreis gelistet sind, dann reduziert werden, weil diese Plattformen, diese Angebotsseiten dann merken, da ist wirklich ein Angebot. Wenn ihr vom Start weg immer billig seid, werdet ihr auch vom Kunden immer nur billig wahrgenommen und auch in diesem Preisumfeld der organischen Suchen dargestellt. Amazon selbst hat dazu eine sehr gute Hilfsfunktion. Einerseits klar, erklären Sie, was ist das Einkaufswagenfeld, wie kann ich mich qualifizieren, aber Sie haben auch eine eigene Prüfseite. Ich habe keine Buybox oder komme nicht rein, dann folgt einfach dem Link hier und dann werdet ihr sehen, dass es neben ganz normalen Grundproblemen hier eine Hilfsfunktion gibt. Ihr gebt eine ASIN oder SKU ein, gebt ihr nur die ASIN ein, wird dann tatsächlich nochmal die SKU-Ebene abgefragt und dann kriegt ihr die Meldung, sie sind qualifiziert, die Qualifikation ist jedoch keine Garantie, dass sie die Platzierung erhalten. Da muss man dann einfach unterscheiden, ihr dürft in der Buybox angezeigt werden versus ihr habt die Buybox. Das sind dann all die Themen in mannigfaltiger Struktur, in unterschiedlichen schwere Verhältnismäßigkeiten, die ihr aber im großen Teil alles selber im Griff habt und selbst steuern könnt.